Rik, was für Musik hörst du so? Am liebsten holländischer Rap. Gegen wen würdest du gerne mal spielen und warum? Messi, meine Augen beste Spieler der Welt. Ich würde mich freuen, mal versuchen, ihn zu verteidigen. Was ist deine schlimmste Eigenschaft? Ungeduldig, denke ich, manchmal. Was hast du heute zum Frühstück gegessen? Mosli mit ein bisschen Obst, einen Tee und nicht so viel. Siegtor oder Rettungstat? Rettungstat.